Du willst uns einsperren, alter Mann? Och, das macht Copsi nichts aus. Ich habe dich geliebt. Ich dachte, du wärst ein musikalisches Genie. Weißt du warum? Weil du meine Miete bezahlt hast, du altes Wrack. Komm zum Plattenladen. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Ich zeig dir, was ich von deiner Katzenmusik halte. Neh aber kein wunderschöner Vertrauen. Das war's. Das war's für heute. 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 Irgendeine angeheuerte Mieze wollte mir diese noblen Oxford Club-Glimmstängel verkaufen. Ich sagte nein danke. Ich bin und bleibe immer ein Nikotime-Raucher. Weshalb? Sie schmecken gut und kosten nicht mal die Hälfte. Wen juckt's, ob die Dinger aus Muschelschalen und Fischeiern hergestellt sind? Oh... was соверш scheme? Formiert muster. Okay, gut... ...dass mich schon mal restieren! Was ist denn so? Eigentlich nur hinter mir ohne Verantwortung Ist kein Ding bei dem Inn kommung klar? Der Parasit hasst drei Dinge, den freien Macht, den freien Willen und freie Menschen. Willkommen im Zirkus der Werte. Willkommen im Zirkus der Werte. Es ist nicht gestattet, sich vor der Vorstellung hinter der Bühne aufzuhalten, kleine Motte. Hopp, 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 hopp. Der Parasit ist schlauer als Einstein, stärker als Herkuletz und er entfacht ein Feuer mit einem Fingerschnippen. Sind sie genauso gut wie mein Selbstmesser? Nicht, bis sie nicht in den Garten aus dem Garten kommen. Die Schlaue, der den Last sich im Garten steigt. Die Schlaue, der den Garten steigt. Bis zum nächsten Mal.